Hurra! Geri, ich hab schon wieder diesen Traum geträumt. Und heute geht er endlich in Erfüllung. Tut mir wirklich leid, Kalender, weil heute findet nämlich die große Eröffnungsfeier für die krosse Krabbe 2 statt. Und zu diesem Anlass ernennt Mr. Krabs einen neuen Manager. Ja, wer wird das wohl sein, Geri? Haha. Na, vielleicht fragen wir mal meine Wand mit den 374 aufeinanderfolgenden Auszeichnungen als Mitarbeiter des Monats. Sparta! Sparta! Ich bin bereit, Beförderung! Sauberkeit bringt den Manager sehr weit. Ich bin bereit, Beförderung jederzeit. Ich bin bereit. Ladadidi, ladadu, ladadam. Ladadidi, ladadu, ladadam. Ladadu, ladadam. Ladadidi, ladadu, ladadam. Ladadidi, ladadu, ladadam. Ladadidi, ladadu, ladadam. Was? Bob, Bob! Was hast du denn hier drin zu suchen? Ich wollte dir nur was sagen, Tandäus. Ganz egal, was es ist. Kann das nicht warten, bis wir auf der Arbeit sind? Aber dort gibt's doch keine Dusche. Was willst du denn? Ich wollte dir nur sagen, dass ich vorhabe, dir in meiner Manager-Ernennungsrede zu danken. Raus hier! Alles klar. Wir sehen uns dann ja bei der Feier. Das klingt doch schwer nach dem Manager der neuen großen Krabbe 2, oder? Ups, warte mal. Herzlichen Glückwunsch auch, mein Freund. Oh, vielen Dank, Patrick. Und heute Abend nach meinem großen Triumph machen wir Party, bis wir purpurrot sind. Purpurrot bin ich prima! Und deswegen gehen wir dahin, wo die ganz dicke Welle wogt. Du meinst aber nicht? Oh doch, das mein ich. Das tausend Taubenmüsschen muss als Partyboot! Oh, ich bin ein taubes Müsschen, yeah. Du bist ein taubes Müsschen, yeah. Wir alle sind taubenmüsschen, yeah. Taube, taube, taubenmüsschen, yeah! Oh, Hufeier, ich muss ganz schnell los. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Viel Glück, alter Freund. Und achte bei der Eröffnungsfeier auf mich. Ich hab da eine kleine Überraschung für dich. Ich bin ein taubes Müsschen, yeah. Ich bin bereit.